hallo willkommen zu einer kleinen runde vorherrschaft battlefield 5 alleine ohne ein paar freunde einfach nur so weiß auch nicht wie lange die runde dauern wird keine ahnung wie es laufen wird ohne leute an der seite aber gut jetzt haben wir eine geile map perfekt aber ich mal gucken wie es vorherrschaft ist vorherrschaft ohne fahrzeuge ist kleiner kleine map oder map ausschnitt und drei ziele die man einnehmen muss halten muss geht auch relativ zügig mit dem einnehmen also ja ist aber auch sehr kampflastig natürlich durch die größe 16 gegen 16 und ja mal kurz hier reinkommen die runde hier erste hilfe für dich scheint alles bei abc und abc haben wir ja ich glaube ich könnte uns umbrennen was natürlich jetzt hier nicht günstig zu stehen naja ich brenne so war trotzdem zu wie das überlebt oh nein hallo ok 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 ganz ruhig so nebenbei aufnahmen mit freunden das wird einfach spontan aufnahmen an und gib ihnen ohne dass die leute es unbedingt merken weil dann ist es auch und so lustig wie es auch ist ich habe heute meinen ersten ja für die nun das war klappen da ist noch jemand da ist noch viel mehr ich versuche es mit der granate Nein, ich hab seine Waffe genommen, will ich nicht, wir animieren. Ich leg dich zusammen. Oh Gott. Scheiße. Es waren zu viele. War eingetötet, aber ein paar Punkte bekommen. Geht nicht nur darum zu töten. Wir sind hier nicht im Fortnite, sondern Teamarbeit. So. Ach du Scheiße. Ja, darauf kommen wir glaube ich nicht hin. Okay, okay. Ich weiß nicht ob ich da hingehen sollte. Ich blute, helf mir! Hm, stimme mal. Hä? Der Besen hat sich doch gerade bewegt, na gut. Sollen wir woanders langsam hin, weil hier stehen wir echt dumm. Soldaten, wir verlieren gleich Ziel Bertha. Einfachzeit zerstört. Ihr müsst das Ziel verteidigen. Ihr müsst das Ziel verteidigen. Ihr müsst das... Mist. Oh, das hat Glück. Noch ne Granate! Ich krieg den nicht. Ich flieg dich wieder zusammen. Lack da aber auch kacke. Ich habe Minen dabei. Ich bin hier. Okay. Ich bin verletzt. Kann mir jemand helfen? Ich bin bei dir ja. Oh Mann. Achtung! Wir verlieren Ziel Bertha! Hä? Was? Haben wir gerade gewonnen. Du hast das Teil zerstört, als wäre das gar nichts. Ich komme da nicht ran. Scheiße. Gut. Mein Squad ist aufgeteilt. Das ist natürlich scheiße. Einfach wird gerade eingenommen. Okay, das sieht sehr locker aus. Zu locker. Gut getämpft. Ziel Anton erhobert. Ich bin hier ganz alleine. Das ist natürlich nicht so klug. Aber gut. Versuchen wir es mal. Kann gut, kann auch schlecht sein, hier zu stehen. Äh, gegen... Okay. Wirst du mal vorsichtig da hingenommen? Die ist da richtig kacke. Da sieht man aus. Ach du meine Gülle. Hier. Erste Hilfe schadet nicht. Und mit dir dann geht. Ja, haha. Duft. Das war duft. Zu viel Risiko um jemand zu retten. Na gut. Wir brauchen Sanitäter! Na ja, ich glaube diese Aufnahmen sind lustiger natürlich, wenn Leute dabei sind. Wird auch kommen, aber kann halt nie versprechen. Wie... Ach du meine Gülle, du wirst der denn. Äh, wie häufig das vorkommt. Schauen wir mal. Aber eigentlich so ein Plan so. Jetzt lässt er sich sterben. Ja. Spielaufnahmen, Multiplayeraufnahmen immer so ein Wechsel wäre natürlich. Geil. Was zur Hölle war das? Greif zu! Erste Hilfe! Geil! 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 Die halbe Schloss ist geschlagt! Weiter los! Oh shit! Ich fliege dich zusammen! Ich schrau mich zurück! Ich wollte die ganze Zeit zurück gehen. Ich wurde voll geblockt. Ich bin getroffen! Hilfe! Ja, super. Könnt mich jemand sein. So, irgendwie... Ich sterbe! Hilf mir! Jawoll. Glück gehabt. Und schnell weg hier. Erste Hilfe! Hier! Lade nach! Vorwärts gleich! Oh, ich will wieder rein. Nichts zu schaffen. Alter. Sani? Okay, soviel in der Nähe. Kann irgendjemand mich mal retten? Wow. Ah, da will. Danke. Oh! Puh. Ich muss sagen, es sieht natürlich sehr gut aus, die Runde, wenn man die Zahlen oben sieht. Ich bin mega in Führung. Oh, ich bin Erster bei uns. Zwei wenig Pils, aber Punkte, 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 Punkte. Okay, das war doof. Shit. Mist. Verdammt, um das Leben! Sanit-Helter! Alter, noch ein Soldat! Das hält ich nicht! Suche besser als hier! Wir haben Ziel besser. Wer jemand hilft! Gleich geht's dir besser! Oh! Oh, oh! Da hält ich nicht rein, geht's heute! Da steht er da um die Ecke. Auch gut. Oh! Oh, okay. Jetzt bin ich tot. Okay, das bleibt mir nicht zurecht und der anscheinend auch, ist das anweilig. Hier, falls du erste Hilfe brauchst! Oh! Oh! Oh man, ich habe wieder ein Haus! Oder immer noch was! Da gehe ich nicht rein! ich brauche mehr munition hier für dich das war sehr eindeutig von 200 tickets ohne fünf über das bisschen sehr stark und bestes spot schauen wir mal ganz großes ergebnis an bei uns ja bald nächstes sanitäterlevel die waffe gelevelt und irgendein stungelwehr toppen verteidigungskills wiederbelebung und reparaturen ja gut das gab es ja nicht 15 zu 3 kann man nicht meckern und am meisten punkte also eigentlich play of the match ausnahmsweise das ist doch mal was erfreuliches für mich gehen wir mal kurz auf weiter mal gucken könnte ja noch eine runde ranhängen wenn es denn lädt so anpassen die ist den oh der sean ist da ist aber noch eine aufnahme ohne kann ich leider auch gerade nicht schreiben spezialisierung habe ich ja schon ausgewählt gehabt gut Fortschritt na gut ja ich bleib nochmal bei der stan weiß ich nicht läuft bei der bei mir einigermaßen Pistole könnte man noch überlegen wo ne der kam ich ja auch wohl mit der M19 tauschen wir mal aus äh alles klar so wollen wir mal mit dem Sean ist nur sagen dass ich ohne Dings spiel du schon wieder das wird jetzt nämlich die Aufnahme crashen los geht's ich knall euch ab erobert und haltet die ziele so viele wie möglich wir haben jetzt die kontrolle über ziel antwort oh auf der map ist natürlich böse ja das war sehr optimistisch ah da oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott ah scheiße das kam aus dem haus heraus Sean hat schon 3 kills alter gehst nein der ist gestorben dabei schade gut wir müssen auch mal sterben ne gehen wir mal zu Sean wo hängt er ab da hängt er na er ist im Kampf jetzt gut ihn holt sich der Sani komm schon nicht ey 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 oh lauter Sniper nee den hole ich nicht Wir kontrollieren jetzt genug Spieler um den Ausgang dieser Schlacht zu bestimmen. Ich hätte ihn nicht liegen lassen sollen. Ich bin geliefert. Hilfe! Okay, kommt hier. Keine Ahnung. Oh, das wird knapp. Wieso? Ich danke dir, Soldat. Ach, da gehe ich jetzt weg. Ne, ne, ne. Schauen hinterher. Ziel Anton ist hiermit verloren. Wo hast du den Steck? Ich brauche den Sanitärer. Ich bin bei dir. Na, shit. Danke, Doktor. Ja, ja, ja. So. Uh, what's up here? Noch eine erste Hilfe. Oh, wir schauen weiter hier ran. Hm. Wow. Okay, weiter geht's. Wir haben Ziel Werther erobert. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Ich geh mal hier rein. Hm? Oh, da läuft einer weg. Na gut. Ich weiß nicht, dass er nicht zurückkommt. Ich weiß nicht, ich hätte ihn wässern können und ich habe wieder keine Munition. Das war scheiße. 9 zu 0 schaun, Alter. Hier, erste Hilfe für dich. Puh, die Proposition, Alter. Oh Gott. Okay, die M19 gefällt mir noch nicht so ganz. Hilfe mir irgendwer, ihr müsst mir helfen. Scheiße, helf mir. Das sah eben aus. Ja, das war der für die Waffe. Ich hab Medikamente für dich. Ich brauch immer noch Munition, Alter. Wir haben Ziel Anton eingenommen. Sehr schnell. Scheiße. Oh. Oh. Alter, bin ich mir erschrocken. Mehr als die Hilfe. Hm. Komm ich hier jetzt? Oh. Okay. Okay. Mhmmm. Okay, wegzusehen. Hm. Minnige scheiß Sniper. Achtung, wir haben so jeden vier Wehrteile. Alter, sind alles im Haus. Ich werde eigentlich nur den Zweibern ausleihen, aber gut. Jawoll. Scheiße. Na Mist, kann man nicht sehen. Nein, nicht die Waffe tauschen. Auf halbem Weg zum Sieg. Sie feuern alle nur auf mich. Wer ist hier? Wo kam der denn her? Scheiße. Ich sterbe, helft mir! Warum fehlen denn hier die Gratun-Tags? Komisch. Da kommt sein i. Boah, ei, ei, ei. Ich kann aber schauen bleiben, damit er seinen zu Null behält. Das ist ja geil. Sie gehört uns. Sie mit Verrollen, Soldat! Verstehen! Hier, falls du erste Hilfe brauchst. Oh, sie sollte! Hier, erste Hilfe, Soldat! Oh nein, wir verlieren. Sie? Wir verlieren viel Werfer! Nein! 98! Scheiße! Nein! Schon ist gestorben. Ärgerlich. Da kommt dann die Stimme. Hilft mir irgendwer! Ihr müsst mir helfen! 15.0 hat der Eil? Ärgerlich! Hm! Oh! Höh! Gut gemacht! Sehen erobert! Danke später! SUPER F&B! Wir haben viele Werfer herverんと! Alles dran! Das ist ja der Herrscher! Schon gübel! free! Na, das ist ja der Herrscher! Dich krieg ich... ganz ruhig! Das wird schon wieder! Okay, das hier haben sie eingenommen... Achso, wieder A. Oh Gott. Nein, nicht nachher. What? Hohoho. Kleinkopfschuss. Das hat er die Waffe ausgesingen genommen, glaube ich, ne? Natürlich. Oder auch nicht. Ich renne den Front durch. Da bist du ja wieder. Respekt, Alter. Achtung, wir verlieren Ziel Bertha. Wir müssen kurz in Sicherheit gehen. Und, Minision. Eieiei. What? Scheiße! Boah, diese Camper. Wir haben uns Zielwerfer gewonnen. Hm. Scheißen direkt. Ich hab's geschafft. Kommt doch hier oben in das Haus rein. Na ja. Ja. Na gut. Mal hier runter. Okay, er hat die Abkürzung genommen. Wir haben Zielwerfer verloren. Wir haben Zielwerfer verloren. Er fallen zum Schluss vor. Bleib heil dein Schreie. Weiter feiern. Ich hab's geschafft. Erste Hilfe. Für dich. Ich werfe eine Handgranate. Oh, was? Was? Meine Granate hat ein Fein getrunken. Oh, gut. Hm. Hilfe. Sanitäter. Oh, toll. Und nichts gebracht. Das bohren wir unbedingt. Was machen die denn da? Die stehen da noch. Und wir haben gewonnen. Diesmal. Ja, 11 zu 4. Passt. Kann man nicht meckern. Höh. Okay. Und Top Squad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Bewertung würde mich freuen. Was gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.